Das Wichtigste in den Scheißspielen sind die Multis. Wenn du hier keine 2-3 Eggs hast, dann kannst du eh nichts vergewinnen. Ich hätte jetzt schon Hunger aufs Steg, Mann. Ich hätte es aber da haben, eine Fünfe, super. Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Oh, der geht rein. Brauchen Multis, bitte jetzt. Komm, sind schon so weit. Multis, bitte Multis. Wer 2er? Jetzt noch ein 3er dazu, bitte. Oh, fuck, kein Hit. 3 Eggs, jetzt noch ein. Ja. Och, und jetzt kommt noch ein Hit. Ja, hoch. Ach, warum gehst du denn hin? Geh nach oben. Was macht denn dieser Trottel? Wer steckt da unten fest? 3 Eggs, nochmal. Ah, kann zahlen, ne? Wenn sie jetzt hitten. Er muss reingehen, bitte. Einen Diamanten hitten. Oh, komm, wir sind so noch dran. Oh, ein Hit noch. Ja, okay. Komm, jetzt bitte Diamanten. Lass Hit jetzt, Hit jetzt. Ja, komm, jetzt mach die Diamanten voll. Oh, das ist es. Uh. Okay, da ist er. Oh, du siehst. Ah. No way, German. Ah. Wow Das war ein guter Setup. Ja, ich weiß nicht, ob das... Was das Max Diamonds oder ist das Moor Possible? Das war nicht Max. Wir hatten, was für 12? Das war 30. Wir haben 12k mit 35. Es ist kein Fullscreen. Wie kannst du 9000 Axe bekommen? Das war fast das beste Fullscreen. Ich habe ein bisschen Druck, ja? Mit einem Wagen. 16k oder so. 17k nur. Wow. Nur. So. Ähm. Ja. Wildframes kommt dann auch, oder was? So. 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 So.